Moin Moin und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Newstime zum Herderinger Online Community Podcast. Mein Name ist Mario bzw. Thalirut, da dürfte mich der eine oder andere auch drunter kennen. Ja, die Woche ist schon vorbei, wir sind jetzt eigentlich schon in der neuen Woche drin, daher erstmal Entschuldigung für die verspillete Ausgabe. Ich wollte das eigentlich so machen, dass das immer Sonntagsverfall ist, aber da ich Samstag auf dem Mittelalter fest war, ist mir Samstag quasi ein ganzer Arbeitstag weggefallen, denn der gute Cordovan, der Community Manager, streamt ja immer auf dem Freitagabend und daher kann ich da leider nicht in Vorproduktion gehen, da ich ja quasi erstmal den Inhalt für den Podcast quasi immer Freitagabends erhalte und dann muss das Ganze transkribiert werden, durch meine KI gejagt werden, dann muss ich das durchhören oder durchlesen, wie man es auch sehen möchte, dann muss ich Korrekturen machen, ich muss Anpassungen machen und da gehen dann mal locker für diese Newstime für mich mal locker zwei Tage drauf. Wenn ich sehen könnte, bräuchte ich vielleicht nur eine halbe Stunde, aber gerade als blinde Person ist es dann nochmal schwieriger, weil dieses Transkript wird mir dann ja quasi durch meine KI ja vorgelesen und dann muss ich dann halt immer anhalten, ich muss mir dann Notizen machen, die Textblöcke dann quasi rauskopieren, dann entsprechende Änderungen vornehmen, wenn mir die Übersetzung jetzt nicht gefallen hat und so weiter und so fort und wenn ich jetzt sehen könnte, dann könnte man das Ganze simultan machen, aber wie gesagt, ja, es ist halt ein bisschen mit Arbeit verbunden, so ist es nicht, das ist halt kein Pappenstil. Aber gut, ich will da auch nicht drüber meckern, ich mache es ja gerne, weil ich muss es ja nicht machen, wenn man es so sehen möchte. Auf jeden Fall, heute ist Montag, vergangene Woche ist das Update 40 erschienen. Das war auch zum größten Teil eigentlich das Hauptthema in Cordovans Livestream. Er ging natürlich auch auf die ein oder anderen Fragen ein, die jetzt nichts mit dem Update 40 zu tun haben. Und zum Ende des Livestreams hatte er dann halt quasi auch nochmal so ein bisschen in der neuen Region dann gequestet. Und ja, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung findet ihr auch wieder den Download-Link zu dem Transkript. Dieses Transkript ist diesmal etwas verbessert und abgeändert worden. Da findet ihr zum Beispiel nur das drinnen, was Cordovan quasi auch gesprochen hat. Alles andere, was NPCs zum Beispiel gelabert haben, wurde schon komplett rausgefiltert. Auch wenn Cordovan irgendwelche Quests und so weiter vorgelesen hat, wurden auch komplett rausgefiltert. Also das Transkript ist quasi wirklich dann nur das, was Cordovan halt in seinem Livestream gesagt hat. So die neuesten News, die Neuigkeiten, die halt so anstehen, die er so zu berichten hat. Und dann halt, wo er dann auf diverse Fragen aus dem Livestream-Chat eingegangen ist. Das macht das Transkript dann einfach ein bisschen kürzer und vor allem auch übersichtlicher, denke ich. Und ihr könnt es euch ja in der Podcast-Beschreibung dann einfach da auf den Download-Link klicken. Ich verlinke das zu meiner P-Cloud und dort könnt ihr euch das in der PDF-Datei runterladen, durchlesen, wie auch immer. Ich bin auch mal überlegen, ob ich vielleicht das Ganze auch nochmal so als Audio-Format anbieten werde, damit sich der eine oder andere das dann, was weiß ich, während des Joggens oder Kaffee kochen oder abwaschen sich das einfach anhören kann. Weil es gibt ja Leute, die lesen nicht gerne so viel Text. Es gibt auch Leute, die hören halt nicht so ganz gerne so viel Gelaber von mir. Es gibt halt solche und solche. Aber das muss ich mal gucken, wie ich das machen werde. Ich komme jetzt mal kurz zu der Einleitung. Was heißt Einleitung? Da bin ich ja schon die ganze Zeit bei. Also wie gesagt, Hauptthema war Update 40. Dann gab es noch diverse Nebenthemen, wie zum Beispiel KI und professionelle Synchronsprecher. Dann wurden Fragen gestellt, wie es denn zum Beispiel ausschaut, ob man weitere Beuteltaschen im Spiel kriegen könnte. Weil derzeit gibt es ja glaube ich nur sechs oder sieben Rucksäcke oder Beutel, wo man halt seinen ganzen Loot ja verstauen kann. War ein spannendes Thema. Dann gehen Cordovan auch noch ein bisschen auf das neue Unterstützer-Paket ein. Was ja auch neu ist. Da gehe ich dann auch nochmal auf Detail ein. Was beinhalten diese Unterstützer-Pakete? Welche Formen gibt es? Und so weiter und so fort. Und das war es dann auch schon fast zum Größen. Ach ja, und der neue episodenhafte Inhalt. Dass ja alle paar Wochen oder jede Woche soll ja irgendwie neuer Content kommen. Da gehe ich dann auch nochmal auf im Detail dann genauer drauf ein. Aber da könnt ihr euch durch die Kapitelmarken klicken. Da seht ihr das dann quasi alles ganz genau drin gegliedert, worum es letztendlich geht. Das war jetzt einfach so, ja sagen wir mal ganz, ganz krass gesagt, eine ganz banale kurze Zusammenfassung von dem Ganzen. Wahrscheinlich habe ich auch das eine oder andere ausgelassen. Aber ihr werdet es ja spätestens nachher in den Kapitelmarker sehen, worum es eigentlich geht. Fangen wir quasi mal mit dem ersten Kapitel an, mit dem Update 40. Jetzt am vergangenen Mittwoch wurde das Update 40 veröffentlicht. Darauf ging Cordovan wie gesagt auch ein. Er hat so ein bisschen die Patch Notes thematisiert und diskutiert. Die findet ihr natürlich auf der offiziellen Website lotro.com. Ich werde euch die Patch Notes aber auch nochmal in die Podcast-Beschreibung reinhauen, falls ihr diese noch nicht gesichtet haben solltet. Auch hier war ich am überlegen, ob ich in Zukunft eventuell diese Patch Notes, weil die auch in einer sehr, sehr langen Form sind, ob ich die für euch vielleicht sogar als Audiodatei anbieten werde. Aber das muss ich da mal gucken. Da könnt ihr mal ganz gerne Feedback zu geben per E-Mail, per Kommentar und bei YouTube oder wie auch immer. Wenn das euch interessiert, dann kann ich ganz gerne die Patch Notes mal als Audioform anbieten, sofern es natürlich längere Patch Notes sind, wie es diesmal der Fall ist. Bei kürzeren Patch Notes denke ich, brauche ich keine Audioform anbieten. Genau, also wir haben Update 40, ist halt Update 40. Es gibt halt fünf neue Regionen. Das habe ich ja auch schon bei den letzten Newstimes gesagt. Es gab es diverse Klassenänderungen beziehungsweise Klassen-Anpassungen. Das hatte ich ja auch schon die letzte Mal detailliert. Da brauche ich jetzt ja auch nicht wieder drauf eingehen. Dann das Übliche halt. Es wurden diverse Bugs behoben. Es wurden diverse Verbesserungen gemacht. Am Handwerk wurde ein bisschen rumgeschraubt, weil da gab es wohl auch den einen oder anderen Fehler und das ein oder andere Problemchen. Ja, was ich ja auch zudem in den letzten Newstimes ja auch schon angekündigt hatte und angedeutet hatte. Die neue legendäre Belohnungsleiste ist natürlich jetzt am vergangenen Mittwoch auch eingeführt worden und diese ist jetzt auch bis August quasi aktiv. Und was war denn das? Das war glaube ich der 25. oder der 26. August. Irgendwie sowas bis dahin ist auf jeden Fall diese neue legendäre Belohnungsleiste aktiv. Zudem ist ja auch ein neues Kapitel rausgekommen zum Thema oder zur Storyline, sagen wir mal, Wellen und Windis. Steht ja auch in den Patchnotes soweit schon drin. Um das neue Kapitel, also Kapitel 9 zu spielen, ist es nicht zwingend notwendig, aus dieser Storyline Kapitel 1 bis 8 zu spielen oder durchzuspielen quasi. Ihr könnt auch so direkt mit Kapitel 9 anfangen, aber es wird halt empfohlen, dass ihr 1 bis 8 auf jeden Fall durchspielt, damit ihr zumindest so ein bisschen Einblick über diese Storyline bekommt. Weil das könnte sonst halt auch sein, wenn ihr jetzt direkt hingeht und Kapitel 9 anfangt, dass da vielleicht das ein oder andere so ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist, was ihr dann vielleicht nicht so ganz verstehen würdet. Daher würde ich da einfach grundsätzlich zu empfehlen, macht ruhig 1 bis 8 auch mit und dann begibt euch ans Kapitel 9 und dann habt ihr das auf jeden Fall alles quasi in einer Rutsche durch. In den 5 neuen Gebieten gibt es zudem auch jede Menge neue Nebenaufgaben. Ich denke mal, mit diesen Nebenaufgaben sind wahrscheinlich sogenannte Daily Quests gemeint. Steht nicht so betitelt, sage ich jetzt mal, genau in den Patchnotes drin. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt die klassischen Daily Quests sind, die man dort dann entsprechend Tag für Tag dann mal einsammeln kann. Die Daily Quests laufen ja morgens um 9 Uhr, laufen die glaube ich immer durch. Also ab 9 Uhr quasi könnt ihr dann immer die neuen Dailys dann dementsprechend annehmen. Dann sei natürlich auch, denke ich, noch besonders erwähnenswert, dass dieses neue Aufgabenpack im Untergrund kostenlos im HDHO-Shop kaufbar ist für VIP-Spieler. Alle anderen, die keinen VIP-Status haben, müssen dieses Aufgabenpack kaufen. Bitte fragt mich jetzt nicht, was das kostet. Ich habe keine Ahnung. Ich kann leider nicht nachsehen. Ich bin leider blind. Ich komme mal wieder zu diesem blöden Thema. Aber nun ja, das ist dann halt so. Aber wie gesagt, VIP-Spieler können das auf jeden Fall kostenlos im Shop halt erwerben. Und dann könnt ihr dann quasi diese Aufgaben da entsprechend alle annehmen. Ich schau gerade mal. Genau, im Untergrund nennt sich da. Und ja, dann wird auch halt geschrieben, dass es halt sämtliche Aufgaben beinhaltet von Umba. Genauso wie die Storyline. Und vor allem, ihr braucht dafür nicht die Erweiterung irgendwie besitzen, weil ihr könnt diese quasi dann so direkt, wie sie dort im Shop angeboten wird, kaufen und dann auch letztendlich direkt starten. Es sei auch noch erwähnt, dass das Ganze natürlich ab Level 150 ist. Des Weiteren steht ja auch in den Patchnodes drin, dass ab dem 22. Mai in den Patchnodes steht da drin ab 16 Uhr. Das wird, glaube ich, nicht so ganz klappen. Denn diese neue, ich sage jetzt mal, der neue episodenhafte Inhalt, der wird dann quasi jeden Mittwoch veröffentlicht ab 16 Uhr. So steht es in den Patchnodes. Aber ihr wisst selber, Mittwoch sind generell immer Wartungsarbeiten. Daher kann das auch mal sein, ne, wisst ihr selber, dass es mal ein bisschen länger dauert. Weil wenn die Server erst um 19 Uhr wieder zum Beispiel online sind, dann könnt ihr auch erst ab 19 Uhr rein und dann quasi auch erst dann diese neuen wöchentlichen Content quasi bespielen. Und ja, weitere Details werde ich dann dazu hinterher liefern, wenn ich da speziell dann darauf eingehe. Hinzu kommen natürlich auch diverse Bugfix-Behebungen für das Förster-Event oder Holzfäller-Event, wie man das auch immer nennen möchte. Zum Beispiel, was das Baumstammtragen angeht. Zu dem Holzfäller-Event, da komme ich ja auch nochmal später darauf zu sprechen, da das im Juni, glaube ich, wieder kommen soll. Und ja, ich würde sagen, das war es dann, glaube ich, auch im Groben gesagt zu den, ja sagen wir mal, nennenswerten Inhalten zum Thema Update 40. Wie gesagt, ihr könnt im Prinzip das, was ich euch gerade alles erzählt habe und auch mehr, könnt ihr in den offiziellen Patchnodes finden. Verlinkt sind diese in der Podcast-Beschreibung. Schaut das euch da ja am besten einfach mal an. Kommen wir nun zum zweiten Kapitel. Die Truhe des wunderlichen Gast. Eines der neun Unterstützer-Pakete, die ihr im Spiel kaufen könnt. Diese Truhe könnt ihr nur in-game kaufen, wenn ihr eingeloggt seid auf einen Charakter eurer Wahl. Das heißt, ihr könnt das jetzt nicht kaufen, wenn ihr euch zum Beispiel im Anmeldebildschirm befindet, sondern ihr müsst euch schon richtig auf einen Charakter eingeloggt haben, dann könnt ihr euch so eine Truhe kaufen. Diese Truhe gibt es in diversen Ausführungen, die ich dann jetzt quasi mal kurz so ein bisschen durchgehe und wo ich euch erläutern werde, was ist da eigentlich konkret in diesen Truhen enthalten. Kommen wir daher nun zu der allerersten Truhe, zum Beispiel der luxuriösen Truhe des wunderlichen Gastes. So, diese Truhe beinhaltet zum Beispiel folgenden Inhalt. Und zwar beinhaltet das Ganze 500 Mitril-Münzen, vier geringere Elikziere für Tugend-EP. Das bedeutet, ihr bekommt dann nochmal quasi vier mal 2500 Tugend-EP, also quasi insgesamt 10.000 Tugend-EP, die ihr entsprechend verteilen könnt. Diese beiden Sachen sind einmal pro Konto. Das bedeutet, dass ihr das nur einmal pro Konto quasi einlösen könnt und es wird auch nur einmal pro Konto an den Charakter dann ausgeliefert. Kommen wir nun zu Gegenständen, die einmal pro Charakter gebunden sind. Das heißt, es ist nicht Konto gebunden, sondern hier ist speziell eher Charakter gebunden und das sind Gegenstände, die ihr dann quasi mit jedem Charakter einlösen könnt. Und zwar sind das diverse Titel, zum Beispiel Titel der, die der wunderliche, der, die der fröhliche und noch ein Titel Donglong Donglong oder wie man das Ganze nennen möchte. Des Weiteren befindet sich in dieser Truhe eine weitere Truhe und das ist die luxuriöse Zierwerktruhe. Ich kann dieses Wort nicht richtig aussprechen, da kommen wir wieder zu meiner Sprachbarriere, dass ich das habe so mit manchen Wörtern, dass mir die nicht so richtig über meine Zunge gleiten wollen. Mir sei es am Bitte verziehen. Und zwar beinhaltet dieses Zierwerk einen Rucksack des Wunderlichen, dann diverse Stiefel, dann einen Panzer, Handschuhe und so weiter und so fort. Also quasi ein komplettes, sagen wir mal Equipment, um euren Charakter halt schick aussehen zu lassen. Zudem erhaltet ihr damit ein wunderliches Ross und ein Zierwerk für, wie heißen die nochmal, Kampffärde nicht, für die Pferde halt, je will schon was ich meine, für das Kriegsross, genau so war das. Ein Zierwerk für das Kriegsross und weiteres Zubehör. Dann erhaltet ihr zudem auch Zierwerk für eine wunderliche Waffenaura. Da kann ich jetzt so nicht genau sagen, was damit speziell gemeint ist. Dann bekommt ihr einen wunderlichen Zerio, oh Gott, das ist auch wieder so ein Wort, Zerio-Minumonien-Stab oder irgendwie sowas. Entschuldigt bitte. Was haben wir denn dann noch? Das gleiche mit diesem Z-Wort und dann nochmal als Keule. Also diesen Zeri, ich lasse es lieber, das wird nichts. Auf jeden Fall einmal diese Keule und dann halt diesen Stab. Ich werde euch aber auch nochmal in die Podcast-Beschreibung einen Link reinsetzen, wo ihr euch das selber nochmal durchlesen könnt. Ist dann, glaube ich, ein bisschen deutlicher, als wenn ich hier mit meiner behinderten Sprachbarriere da solche Zungenbrecher ausspucken muss, was nicht immer ganz klappt. Dann haben wir da drinnen auch noch eine Schrift der wunderlichen Waldtiere. Dann haben wir ein Emote, wunderlicher Markstein, irgendwie was mit Marksteinverzögerungen und dann sind dann noch die ein oder anderen Emotes auch noch mit bei enthalten. Kommen wir nun zu den etwas kleineren Pardon und das ist die verbesserte Truhe des wunderlichen Gast. Lass uns mal schauen, was wir dort alles so haben. Fangen wir mit Gegenstände an, die nur einmal pro Konto quasi dann einlösbar sind. So, da drin haben wir schon mal 250 Mithrilmünzen und einmal ein geringes Elixier für Tugend-EP. Das bedeutet einmal 2500 Tugenderfahrungspunkte. Kommen wir nun zu Gegenständen, die einmal pro Charakter gebunden sind. Das sind wieder, wie bei der luxuriösen Truhe auch, ein paar Titel sind da mit bei. Dann kommen wir jetzt quasi wieder zu einer kleineren Zielwerkkiste, die da auch mit bei ist. Und zwar haben wir da den Rucksack drin, des wunderlichen und dann ein Waffenaura des wunderlichen Bündels. Dann ist auch da wieder diese Z-Keule drin. Ich sage das aber mal mit Z. Das ist ein bisschen einfacher, als wenn ich das Wort aussprechen muss. Und dann sind da ein paar Emotes mit bei. Und das war es dann schon von dieser verbesserten Truhe des wunderlichen Gast. Kommen wir nun zu der dritten Truhe. Wie hieß sie nochmal? Genau, das ist die einfache Truhe des wunderlichen Gast. Schauen wir uns mal an, was wir dort alles so drin haben. Fangen wir wie üblich mit den Gegenständen an, die kontogebunden sind. Und zwar in der ganz, ganz billigen Variante habt ihr denn, was war das nochmal? Genau, 100 Mithrilmünzen sind da drin. Und das war es dann auch schon. Dann kommen wir jetzt zu Gegenständen, die dann einmal pro Charakter gebunden sind, beziehungsweise dann ausgeliefert werden. Ihr erhaltet einen Titel, der die das, der wunderliche, eine wunderliche Zereomonienkeule, jetzt habe ich das vorhin doch wieder ausgesprochen. Und ihr bekommt dazu ein Emote, wunderlicher Bewegungsstil, irgendwie Laufen und Springen. Und das waren dann auch schon quasi alle Truhen, beziehungsweise alle Kissen, die ihr damit erhalten könnt. Also quasi in drei Ausführungen. Eine luxuriöse Truhe, wo richtig viel Bums drin ist. Dann eine verbesserte Truhe, also so ein mittleres Ding. Und dann ein ganz einfaches Ding, die einfache Truhe. Wie gesagt, in diesen jeweiligen dreien Truhen habt ihr verschiedene Anzahl von Mithrilmünzen, verschiedene Anzahl von Tugend-EP, dann Zierwerkkiste, ein paar Emotes und so weiter und sofort. Wie gesagt, den Link dazu stelle ich euch natürlich auch in die Podcast-Beschreibung rein. Dann könnt ihr euch das da nochmal genau durchschauen. Vielleicht sind da auch noch ein paar Bilder dabei. Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil ihr wisst ja, ich bin ja blind. Kommen wir auch direkt zum nächsten Kapitel und zwar das Mittsommerfest. Denn dieses Mittsommerfest startet auch schon bald. Das hatte Cordovan auch so ein bisschen angedeutet im Stream, dass dies nämlich bald starten wird. Und zwar startet das Mittsommerfest bereits schon nächsten Monat am 06.06. und geht dann quasi bis zum 06.06. laut dem offiziellen Event-Kalender. Kommen wir da ja nun zum nächsten Kapitel und zum nächsten Punkt. Und ich sage da einfach mal zu episodenhafter Inhalt. Der eine oder andere wird sicherlich wissen, was ich damit meine. In der Vergangenheit hatten wir sowas ja schon mal öfters gehabt, wie die Ballade des Bingo Boffin. Das waren ja auch so episodenhafter Inhalt, der Roundabout jede Woche dann mal freigeschaltet wurde. Da gab es dann ja mal jede Woche eine neue Quest, die dann die Geschichte ein bisschen weiter herangetrieben hat. So ein neues episodenhaftes Gedönse gibt es dann quasi ab nächste Woche Mittwoch nach der Downtime dann auch wieder. Dann würde quasi die allererste Aufgabe starten und für acht Wochen lang soll es dann immer jede Woche quasi neue Quests geben, die dann die Geschichte immer so ein bisschen weiter Vorsicht davontragen quasi. Diese Quests bzw. diese Storyline betitelt sich dann auf Geschichten der Sippe. Wie gesagt, das soll immer Mittwochs veröffentlicht werden, laut Release Notes halt immer ab 16 Uhr. Aber wie gesagt, ihr wisst selber, Mittwoch sind immer Wartungsarbeiten. Daher kann das auch durchaus mal sein, dass das erst freigeschaltet ist, wenn die Server logischerweise wieder online sind. Was meistens nicht unbedingt um 16 Uhr der Fall ist, weil meistens gehen die Server um 15 Uhr offline, wenn man mal so möchte. Und wie gesagt, nach der Downtime quasi könnt ihr dann in das Spiel rein und dann könnt ihr dann halt dementsprechend die neue Quests dann annehmen. Und zwar in der Stadt Umbar Behabel, genauso wie in den Passagen von Umbar. Diese Quests werden dann quasi jede Woche von einem Mitglied der Sippe dann verfügbar gemacht, wobei sich das dann natürlich immer random wechselt. Es wird dann immer mal ein anderer NPC dann irgendwie auftauchen, der für euch dann quasi eine neue Quest dann anbieten wird. Anfangen wird das Ganze bei Coltec, dem Listigen, auf seinem Podest. Und zwar in der Versammlungshalle von Umbar. Da sollte der sich, glaube ich, aufhalten. Im oberen Bezirk. Es wird dann nochmal speziell betitelt, dass ihr nicht die Kapitel von der Geschichte des Lieds der Wellen und Windes spielen müsst, um diesen episodenhaften Inhalt irgendwie anzunehmen. Es wird zwar empfohlen, dass ihr das machen solltet, aber es ist keine Voraussetzung, dass sie quasi diese Aufgaben dafür erhaltet. Zudem sagte der Community Manager Cordovan, dass hier eine Social Media Kampagne dafür starten wird, wo man dann quasi auch wöchentlich dann eine Übersicht bekommen wird, wo wer welche Quests anbietet. Ich werde euch diesbezüglich da natürlich auch auf dem Laufenden halten, damit ihr da dementsprechend Bescheid wisst, wo es immer eine neue Quest gibt. Sei es auf meinen Social Media Kanälen wie Facebook, wie Twitter und Co. Aber spätestens ansonsten auch jede Woche Sonntag in der neuen Newstime Ausgabe werde ich euch dann auch berichten, wo ihr dann die neue Quest auf jeden Fall annehmen könnt. Cordovan erwähnte auch, das Ganze soll auch als einzelner Artikel im Launcher erscheinen, was diese Übersicht der Listen angeht. Da sei jetzt halt hingestellt, ob das jetzt auch für den deutschen Launcher gilt, weil meistens steht im englischen Launcher doch mehr an irgendwelchen Neuigkeiten und Informationen als im deutschen Launcher. Aber wie gesagt, wenn ich was mitkriege, werde ich es euch natürlich wie immer wissen lassen. Cordovan sagt zum Beispiel, in der ersten und zweiten Woche ist die Coltec-Woche. Die dritte bis vierte Woche, sagte Cordovan, ist es dann letztendlich eine andere Sippe. Und so zieht sich das dann weiter nach hinten halt. Das ist dann halt letztendlich immer eine andere. Und im Grunde wird dann alle zwei Wochen ein neuer MPC auftauchen. Also da muss ich hier nochmal kurz meine Aussage revendieren, weil ich höre mich gerade hier simultan auf meinem anderen Ohr quasi die Patchnotes beziehungsweise mein Transkript an, was mir dann immer vorgelesen wird. Das ist halt immer schwierig, weil ich muss mich dann halt immer mit dem Finger von links nach rechts wischen, um mir die einzelnen Textpassagen dann von meiner KI vorlesen zu lassen. Das ist nämlich dann halt der Nachteil, wenn man dann halt nicht sehen kann. Aber gut, wie gesagt, was hatte der jetzt? Ich muss nochmal kurz zurück. Genau, also alle zwei Wochen wird ein neuer MPC dann auftauchen, der euch dann auf jeden Fall eine neue Aufgabe anbieten wird. Und Cordovan sagt zudem, dass jeder MPC dann wirklich zwei Teile hat. Was damit jetzt konkret gemeint ist, weiß ich nicht. Ob das jetzt sich irgendwie um zwei Aufgaben handelt oder zwei getrennte Storylines, das werdet ihr dann aber entsprechend sehen. Kommen wir nun zu neuen Questaufgaben für etwas unter Stufe 150 Spieler. Und zwar soll es wohl fünf neue Quests in Lam Grion geben. Lam Grion, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe und das richtig verstanden habe. Denn so wie meine KI mir das vorliegt, das hört sich manchmal auch immer komisch an und ich muss das dann irgendwie immer wörtlich übertragen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Also es soll auf jeden Fall fünf neue Quests geben in Lam Grion oder irgendwie so ähnlich halt. Und zwar könnt ihr diese Aufgaben von Lidil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im im oberen genau, im oberen Lam Grion erhalten. Aber so wie auch von anderen innerhalb dieser Stadt. Also andere NPCs und so. Kommen wir nur zum Thema das Holzfäller-Event oder auch meinetwegen das Förster-Ereignis. Ja, das ist ja so ein Event, das zieht sich ja wie so ein Kaugummi ein bisschen in die Länge. Das ist ja von diversen Problemen, sagen wir mal, ja relativ durchwachsen. Das wurde wohl jetzt wieder kurzzeitig ausgesetzt und man hatte wohl vergessen, das irgendwie aus dem Event-Kalender rauszunehmen. Codewan hat aber auf jeden Fall angedeutet, dass dieses Förster-Ereignis-Event im Juni zurückkehren soll. Ich werde gleich nochmal kurz in den Event-Kalender schauen, ob da diesbezüglich was drinne steht. Dann kann ich euch gleich nochmal kurz ein genaues Datum dazu geben. Ich schaue mal kurz nach. Ich bin gleich wieder da. Ja, laut dem Event-Kalender soll das Ganze am 13.06. wieder starten. Dieses Förster-Event bis, jetzt habe ich das vergessen, bis zum 23.06. soll das dann laufen. Das neue, oder so neu ist es ja auch nicht, das Förster-Event im Schlucht beim Holzfäller-Lager oder Holzfäller-Dorf. Also da in Schlucht. Ihr wisst schon, was ich meine. Da bei dieser Brücke halt. Da in Schlucht halt. Codewan wies ja nochmal drauf hin, dass dieser Termin für das Förster-Event, was jetzt derzeit im Event-Kalender steht, wohl auch so fix fest sein sollte, seines Wissens nach. Sollte sich dieser Termin jedoch aus welchen Gründen erneut wieder ändern, wird Codewan es uns wissen lassen, weil dann bekommt er wohl von dem anderen, Community-Manager will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall von dem anderen Mitarbeiter oder Kollegen, sagen wir das mal so, Arbeitskollegen, Orion, wird er dann sicherlich eine Information erhalten, dass dann das Event, warum auch immer, vielleicht wieder verschoben wird. Aber wie gesagt, aktuell ist der Plan am 13.06. soll das Ganze um 9 Uhr dann wieder starten. Dann kommen wir nochmal kurz auf das Thema neue legendäre Belohnungsleiste zu sprechen. Weil Codewan hatte da angedeutet, dass er jetzt richtig glücklich ist, dass es endlich wohl auch eine Teekanne gibt. Wie konnten wir nur auf eine Teekanne verzichten, sagte der. Und eine wird ja gar nicht reichen. Man bräuchte ja wohl mindestens sechs. Also wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall in der Belohnungsleiste wohl einige neue, schicke Housing-Items und wohl auch diverse andere Sachen, die ihr euch dann auf jeden Fall mal anschauen könnt, abholen könnt, sofern ihr natürlich ein Haus habt und so weiter und so fort. Ich möchte nochmal kurz zurückkommen zu dem Thema des Unterstützungspakets, was ich ja im Vorfeld schon angedeutet hatte, dass es ja drei verschiedene Pakete gibt. Ich habe mich jetzt gerade mal weiter durch mein Transkript gewühlt und da sagte Cordoban auch, dieses Paket ist käuflich erwerbbar bis zum sechsten Pardon, bis zum 26. Mai ist diese Kiste quasi dann käuflich erwerbbar. Ich wollte gerade schon den 6. Mai sagen, aber meine grauen Zellen haben gesagt, hey Tali, den 6. Mai, den hatten wir schon. Also wie gesagt, bis zum 26. Mai könnt ihr dann diese Unterstützerpakete kaufen im HDHO-Shop, also nur in-game für in-game Lotro-Points, wenn ihr genügend angesammelt habt. Ansonsten müsst ihr euch natürlich Lotro-Points kaufen. Wie gesagt, Preise kann ich euch leider nicht nennen, da ich da derzeit keinerlei Informationen zu habe. Ich könnte allerdings mal im Lotro-Wiki schauen, vielleicht sollte ich das in Zukunft mal machen, dann bin ich da vielleicht auch so ein bisschen mehr auf den Stand der Dinge. Zudem wies Cordovan auch noch darauf hin, weil er wurde auch angesprochen, dass er wohl einige Codes zu diesen Unterstützerpaketen wohl auch an diversen Streamern gegeben hat für ein sogenanntes In-Game Unboxing, also auspacken, vorzeigen, vorstellen und so weiter und so fort. Cordovan sagte dazu halt auch, es ist nicht garantiert, wenn man diesen Lotro-Stream, dieser Lotro-Streamer-Gruppe beitretet, das sei dann nicht garantiert, dass man dann auch solche Codes bekommt. Wie gesagt, Cordovan hat da wohl so eine gepflegte Liste mit diversen Streamern, die wohl sehr viele Zuschauer und so weiter erreichen, die viel Content erstellen und so weiter und so fort und die bekommen dann wohl in unregelmäßigen Abständen vielleicht mal die einen oder anderen Codes, so wie das bei mir meistens ja auch der Fall ist, wenn ich Cordovan mal über das Forum anschreibe, erhalte ich meistens ja auch mal so ein paar Codes für Shop-Punkte und so, da könnte ich eigentlich mal wieder nachfragen, allerdings ist dieses neu gestaltete Forum, naja, das ist so eine Sache für sich, das ist auch leider nicht so ganz gut bedienbar für mich und daher muss ich mal schauen, wie ich da mit Cordovan in Verbindung treten kann, falls ich mal neue Shop-Punkte haben möchte, denn auch wenn ich halt nicht mal selber das Spiel spiele, bin ich aber ja, sag ich mal, innerhalb dieser Community noch relativ aktiv, zumindest denke ich mir das mal, ne? So, dann wollen wir mal zum nächsten Punkt kommen und das wäre der legendäre Server Baumgart oder Treebird oder Treebart oder wie man das auch nennen mag, also Baumgart, der legendäre Server, ist ja einer von den legendären Server, wo man ja, wo alles ein bisschen langsamer geht, sagen wir mal, es gab ja mal, den haben sie ja glaube ich mittlerweile schon zugemacht, den anderen Server, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, da ging ja alles ein bisschen flotter und Baumgart ist ja einer der legendären Server, wo es halt alles ein bisschen langsamer geht und zwar, ich will jetzt mal kurz gucken, irgendwo tütet hier gerade eine Autor-Alarm-Anlage, gut, genau und zwar, für den Baumgart wird die Level-Obergrenze nämlich angehoben auf Stufe 100 und beinhaltet nämlich dann auch Zugang zu Gondor und quasi Alt-Anorien, das Ganze soll starten am 29.05. also dann könnt ihr quasi, wenn ihr auf Baumgart unterwegs seid, dann endlich weitermachen in Gondor, Alt-Anorien und Co und könnt euch dann quasi bis zur Stufe 100 hochboxen. Es kam zudem noch kurz eine Frage auf in Verbindung mit dem Baumgart-Server und da hatte jemand gefragt, wann es denn möglich sei, von Baumgart auf einen anderen Server zu transferieren, da hat Cordoba nur gesagt, das ist derzeit schlichtweg halt nicht möglich, weil das wird nur dann möglich sein, wenn Baumgart irgendwann an dem Punkt ist, wo das Level-Cap erreicht ist. Also jetzt ist ja derzeit meines Wissensstands das Level-Cap ja glaube ich bei 150 und wenn dann irgendwann Baumgart auch mal bei dem Level angekommen ist, könnte man quasi einen Transfer machen. Aber wer weiß, wenn Baumgart bei Level 150 ist, weil da geht es ja ein bisschen langsamer, könnte es ja sein, dass wir auf den Live-Servern schon auf 200 Leveln können. Wer weiß das halt schon. Fakt ist auf jeden Fall, ein Transfer wird erst dann möglich sein, wenn man letztendlich wirklich am kompletten End-Content dann angekommen ist. Kommen wir zum nächsten Punkt und das wäre nochmal der angekündigte Film von Peter Jackson mit der Gollum-Verfilmung. Da wurde auch gefragt, ob Standing Stone Games es plane, mit Gollum und den Düserwald vielleicht diverse Geschichten in das Spiel zu integrieren oder implementieren. Da wurde Cordovan darauf gefragt und Cordovan sagt halt, die haben sich das ein bisschen angeschaut, die verfolgen das auch unter anderem mit Spannung und werden dann schauen, was sie da gegebenenfalls machen können. Aber wie gesagt, soll das Ganze halt keine Garantie sein. Wie gesagt, die Entwickler kennen das Ganze, die werden sich die Geschichten sicherlich auch anschauen, die werden das auch weiterhin verfolgen und dann hängt es halt in den Köpfen der Kreativen, ob die da irgendwie was machen können, eine Geschichte zu Gollum und dem Düserwald, ob sie da irgendwie was in das Spiel mit integrieren werden. Versprechen kann Cordovan diesbezüglich sowieso nichts, aber wie gesagt, Standing Stone Games hat das im Auge und was sie dann machen, da kann man sich dann letztendlich halt nur überraschen lassen, ob es vielleicht nochmal eine Fortsetzung da irgendwo mit dem Düserwald geben wird. So, kommen wir zum nächsten Kapitel und zwar, können wir weitere Taschen beziehungsweise weitere Beutel im Spiel erhalten? Das wurde von einem Spieler an Cordovan gefragt. Derzeit gibt es ja Tasche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man kann die entweder als einzelne Taschen ja quasi im Spiel aufmachen oder man kann sich die quasi zu einer kompletten Tasche ja zusammen modellieren, wie man es ja möchte. Diese Gitterraste sind da ja heutzutage sehr, sehr frei verschiebbar. Cordovan hat gesagt, ja, das wäre eine gute Idee, aber derzeit ist es schlichtweg nicht möglich, weil man müsste die UI, also die Benutzeroberfläche anpassen, weil ich kann mich ja noch gut erinnern, aber ihr werdet es ja auch sehen, unten rechts habt ihr ja quasi diese, also auf den ganz normalen Standard Grafik, es gibt ja auch Leute, die nutzen diverse Plugins oder Addons und haben vielleicht ein anderes Aussehen in Lotro, aber ihr habt ja unten quasi diese Rucksäcke auf der rechten Skillliste oder unterhalb der rechten, im rechten Bereich da ist ja ein Rucksack, zwei Rucksäcke, drei, vier, fünf, sechs, wo man da überall einzeln draufklicken kann quasi, um halt jeden einzelnen Rucksack dann quasi zu öffnen, um zu gucken, was da drin ist. Würden jetzt weitere Rucksäcke hinzukommen, würde quasi schlichtweg dort die Platzhalter fehlen, um sowas aufzumachen. Also hier müsste man dann quasi das komplette UI, die Benutzeroberfläche bearbeiten, wo man meinetwegen nur ein Rucksack-Badget draufknallt, also ein Icon für Rucksack, wo man dann den ganzen Rucksack mit öffnen könnte, wo man sich dann halt raus bedienen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft vielleicht sowas gibt, dass man eventuell mit Mitril-Münzen sich weitere Slots für seinen Rucksack dazukaufen könnte. Wäre eine Möglichkeit, entweder mit Mitril-Münzen oder meinetwegen mit Lothro-Punkten, dass man sich das kaufen kann. Dass man gesagt, okay, für fünf Mitril-Münzen kriegst du meinetwegen fünf weitere Felder in deinem Rucksack. Für fünf weitere kriegst du wieder fünf weitere Felder für deinen Rucksack. Also das ist ein Ding, das könnte ich mir gut vorstellen, dass Standing Stone Games das irgendwann implementieren würde, denn in Sachen Mikrotransaktion da entwickeln die ja auch immer mehr und mehr und der HDO-Shop scheint bei denen generell sehr auch was das ganze Zielwerk Gedönse und sowas angeht. Ich muss sagen, zu meiner Spielzeit war ich nie der fleißige Käufer im HDO-Shop. Ich habe mir vielleicht mal diverse Mitril-Münzen gekauft, falls ich mal diverse schnelle Reisen machen wollte, aber das war es dann letztendlich auch schon. Aber wie gesagt, Cordoban sagte derzeit ist zumindest nichts in Planung diesbezüglich, weil man halt dieses UI anpassen müsste. Es wird wohl schon geweckelt an einem neuen UI, aber auf viel mehr wollte Cordoban da letztendlich nicht eingehen. Wie gesagt, von meiner Seite sind das nur reine Spekulationen, was das angeht, mit Minitril-Münzen und weiteren Slots in den Rucksack, weil ich denke mir, das könnte ich mir halt sehr gut vorstellen, dass sowas vielleicht irgendwann kommen wird. Kommen wir nun zum nächsten Punkt zu sprechen, das wäre Thema KI und professionelle Synchronsprecher, sogenanntes Voice-Over im Spiel. Wenn jetzt NPCs längere Dialoge halten, das sind halt alles solche kleinen Voice-Overs, die dann von professionellen Synchronsprechern aufgesprochen werden. Oder meinetwegen, wenn auch mal Videosequenzen kommen, wird das auch mit Synchronsprechern gemacht. Weil da hatte jemand gefragt, ob Standing Stone Games plane, das auf KI Basis zu machen. Weil einerseits wäre das ja vielleicht günstiger. Heutzutage gibt es KI technisch wirklich viele geile Stimmen. Ich befasse mich derzeit auch sehr viel mit KI, weil ich für mich als blinde Person die Vorteile gesehen habe, dass mir gerade das mit der KI und gerade mit meiner Community Arbeit für Herr der Ringe nimmt es mir sehr viel Arbeit ab. Und das finde ich sehr gut. Aber Cordovan sagte auch, wir werden wohl bei professionellen Synchronsprechern bleiben, weil die wollen einfach ganz gerne diese weiterhin unterstützen und auch diese professionellen Synchronsprecher bezahlen. Denn gerade durch die KI wird das dann sowieso immer für solche Leute schwieriger, da vielleicht was Gescheites an Aufträgen zu kriegen. Vor allem sagte Cordovan auch selber, dass er erst vor kurzem Opfer geworden ist, eines sogenannten KI Trollings. Das bedeutet, dass jemand Cordovans Stimme genommen hatte, hat damit eine KI trainiert und dann hat er dann mit Hilfe dieser KI irgendwie was generiert, was dann Cordovan angeblich gesprochen hatte, was er aber wirklich nie gesprochen hatte. Aber es hörte sich halt wirklich eins zu eins an wie Cordovan und sowas kann man halt aufgrund der KI heutzutage halt auch machen, dass man diverse Stimmen da schon nachahmen kann und fälschen kann. Das ist halt alles KI Technologie in dem Sinne. Aber wie gesagt, Cordovan sagte, das kommt für Standing Stone Games auf jeden Fall nicht in den Plan, dass die KI basierte Stimmen verwenden werden, weil wie gesagt, die möchten dann doch schon ganz gerne weiterhin bei professionellen Synchronsprechern bleiben, was ich auch absolut verstehen kann. Da wäre ich auch absolut für und wie gesagt, ich kann es wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Kommen wir zum weiteren Punkt und das wäre der gute alte Kleiderschrank. Da wurde zum Beispiel eine Frage gestellt, ob Standing Stone Games es zum Beispiel planen würde, dass man auf Tastendruck zum Beispiel seinen kompletten Kleiderschrank löschen beziehungsweise leeren könnte. Da sagte Cordovan auch nur um Gottes Willen, das werden wir mit Sicherheit nicht machen, denn stell dir mal vor, jemand macht das versehentlich, auch wenn man das vielleicht nochmal extra bestätigen muss, aber das würde höchstwahrscheinlich zu so viel Support Ticket Anfragen führen, weil die Leute da irgendwie was versehentlich deleted haben, den ganzen Kleiderschrank oder was auch immer und daher sagte der, würden die wahrscheinlich gar nicht auf diese Idee kommen, den Kleiderschrank mit einer einzigen Taste komplett zu löschen oder zu leeren, weil damit wäre quasi im Prinzip schon ja wieder Mehrarbeit verbunden aufgrund von erhöhtes Ticket Aufkommen. Kommen wir nun auch schon zu den abschließenden Worten, denn das war dann quasi das Transkript von Cordovan beziehungsweise der Inhalt seines Livestreams. Er hatte sich dann letztendlich verabschiedet mit weiteren Informationen zum nächsten Livestream, wo er dann wohl endlich mal diesen geplanten Raid angehen möchte, den er wohl geplant hatte. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir da gegebenenfalls irgendwelche neuen Informationen erhalten werden. Ich gehe mal davon aus, das wird wahrscheinlich ziemlich rar werden, aber mal gucken, was da alles so kommt und dann kann man sich da überraschen lassen. Das war es auf jeden Fall zu dieser Newstime Ausgabe für diesen Pfingst Montag, sag ich mal. Wir haben ja keinen Sonntag, heute ist ja schon Pfingst Montag und dann würden wir uns dann auf jeden Fall mit einer weiteren Newstime Ausgabe schon ja in dieser Woche wieder hören am Sonntag. Das sollte dann auf jeden Fall wieder Sonntag auf jeden Fall rausgehen. Solltet ihr Fragen haben, Informationen wünschen oder was auch immer. Ihr dürft mir jederzeit liebend gerne eine E-Mail schreiben an admin at reiter von rohan dot com oder meinetwegen auch an info at talirut punkt die das sind so zwei Mailadressen. An diese Mailadressen dürft ihr auch ganz gerne jederzeit ein kleines Trinkgeld via Paypal senden. Das geht natürlich auch alles. Dann noch kurz angedeutet für diese Woche. Ich werde versuchen diese Woche zwei Podcasts noch zu veröffentlichen für Herr der Ringe. Einmal werde ich einen Podcast einen Special Podcast machen zum Thema Mittelalterfest wo ich jetzt am vergangenen Wochenende war. Ich war ja Samstag auf einem Mittelalterfest da würde ich ganz gerne in einer gesonderten Podcast Folge einmal drauf eingehen wollen. Und dann wie gesagt gibt es noch eine weitere Folge die ich noch nachholen muss mit meiner Vergangenheit in HDAO da wollte ich ja so ein bisschen auf den Düserwald eingehen und da mal zu alten Zeiten von Codemasters wo ich ja mit der Community Managerin Manneki und so weiter zusammen gearbeitet hatte weil die waren dann ja auch auf der Gamescom mit Reiter von Rohren und so weiter und so fort und ja da werde ich auf jeden Fall dann auch nochmal so eine Episode rausbringen und da werde ich dann aber mal gucken dass ich diesbezüglich mal in Vorproduktion gehen werde dass ich die dann planmäßig dann noch öfters veröffentlichen kann weil wie gesagt die Newstime das ist das Einzige wo ich nicht in Vorproduktion gehen kann weil sich da die Infos aus dem Livestream ja quasi beziehen und alles andere könnte ich dann auf jeden Fall in Vorproduktion verbunden aber gut aber wie gesagt ich muss es ja nicht machen wenn man so will also muss ich da auch nicht meckern gut ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Pfingst Montag habt eine schöne Woche auch wenn es warm ist andererseits ist ja auch wieder Weltuntergang habe ich gehört dass da wieder viele Überflutungen gab das wird leider Gottes ja auch mal mehr und mehr ich hoffe dass ihr davon nicht bis dahin ganz viele liebe grüße